Wir kennen die Situation doch zuhauf. Es gibt Menschen, die gehen uns einfach tierisch auf den Zirn. Und wir haben einfach mit ihnen zu tun in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Das muss noch nicht mal daran liegen, dass diese Menschen Vollpfosten sind, aber irgendwie klappt's nicht. Anke Weidlich hat ein hervorragendes Buch geschrieben. Wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. MGV Verlag, 17 Euro und richtig gut. Sie werden Erkenntnisse gewinnen.